Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. In dieser Folge geht es wieder um League of Ancients. Wir lösen heute die Gewinner auf. Es gibt zwei glückliche Gewinner, eine Alpha und eine Beta Capsule sind gewonnen worden. Ich zeige euch das Ganze zum Abschluss. Am Ende des Clips gibt es die Auflösung, wer gewonnen hat. Also unbedingt dranbleiben und jetzt noch ein paar Informationen zum NFT Sale, der momentan läuft bzw. kurz bevor steht. Die Immortal Skins wurden nämlich schon verkauft. Das Ganze war gestern bzw. vorgestern nach 10 Sekunden schon ausverkauft. Die Immortal Skins liegen aber auch bei 10.000 USDT pro Skin. Davon gab es nur 50 Stück. Deshalb waren die auch so schnell ausverkauft. 40 weitere wurden nochmal im Private Sale vorab verkauft. Also insgesamt stehen da nur 90 Stück zur Verfügung. Das Besondere ist jetzt an den Skins oder den Capsules. Also die Capsules enthalten nachher Skins. Das ist so eine Art Raffle System. Das heißt, man holt eine Capsule und bekommt dann durch ein Losverfahren eine bestimmte Skin-Rarität in einer Capsule. Man weiß es vorher noch nicht genau. Natürlich sind das auch wieder unterschiedliche Stufen. Ihr seht es hier auch. Die Preise. Die Beta Capsule liegt bei 30 USDT. Die Alpha Capsule bei 300 USDT. Und wie gesagt, einer von euch hat die Alpha Capsule gewonnen und ein anderer auch die Beta Capsule. Dazu nachher mehr. Und die Genesis Capsule liegt bei 1000 USDT. Ihr seht hier, wie viele es davon jeweils gibt. 70.000 Beta Capsules, 5.100 Alpha Capsules und 1000 Genesis Capsules. Und das Besondere ist jetzt an diesen Capsules, also es gibt dazu noch eine Token Allocation. Das heißt, an die Capsule sind LOA Tokens geknüpft. Also wenn man hier einkauft für 30 USDT, die Capsule, bekommt man dazu auch noch im Wert von 30 USDT die Tokens. Das gleiche für die Alpha Capsule, Genesis Capsule und das hier ist die insgesamte Allocation, die da noch verteilt wird. Also für alle zusammen. Und ja, das ist einfach das Nice daran. Deshalb werde ich auch bei dem Sale mitmachen. Das Besondere ist jetzt, wir gehen nochmal hier auf den Sale. Am 5. Dezember die Genesis Capsule, am 7. Dezember die Alpha Capsule, am 9. Dezember die Beta Capsule. Der Sale, der ist komplett public. Das heißt, alle können teilnehmen, auch jeder von euch. Aber wer gewitelistet ist, der kann 5 Minuten früher ran. Ihr seht hier 0.05 Uhr UTC. Das ist quasi der Public Sale oder die Public Sale Time. Ich kann ab 0 Uhr teilnehmen, weil es gibt hier die Whitelist. Und meine Accounts sind alle in der Whitelist. Also drei Accounts. Eigentlich brauche ich sowieso nur einen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Also die Dinger sind wahrscheinlich sehr schnell weg. Ich stehe hier auf der Whitelist. Und was ich jetzt immer noch anbieten kann, so wie ich das damals gemacht habe mit den Tokens, dass wenn ihr wollt, könnt ihr mir vorab BNB am besten in meine Wallet schicken. Ich habe jetzt auch einen Discord-Server. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wer sich tatsächlich dafür interessiert, wer über mich diese 5 Minuten früher vielleicht rankommen will an den Sale, der kommt einfach in den Discord-Server. Und das Ganze stelle ich mir aber so vor, ich gebe euch meine BNB-Wallet-Adresse. Ihr schickt mir die BNBs rüber für diesen Wert, was ihr haben wollt. Und ich probiere dann einzukaufen. Und danach schiebe ich euch das Ganze rüber. Und dann also, wie gesagt, komplett auf Vertrauensbasis. Aber was anderes kann ich euch einfach nicht anbieten. Wie gesagt, ich bin garantiert kein Abzocker. Ich will hier einen nicen Channel aufbauen, der sich langfristig hält. Deshalb, das ist ein ernstes Angebot. Wer sich dafür interessiert, kommt einfach in den Channel. Weil dann bin ich diese 5 Minuten früher dran. Und ich zeige euch auch ganz kurz hier, ich habe jetzt in meiner Wallet, ich habe mal 1,172 BNB vorbereitet. Ich habe nochmal 500 BUSD da liegen, um die vielleicht auch in BNB noch zu changen. Aber dann rechnet mal 1,1 und 500 BUSD zusammen. Da sind wir irgendwo bei über 1000 BUSDT. Also das reicht dann entweder, dass ich mir hier eine Genesis Capsule hole oder ich hole mir selber drei Alpha Capsules. Ich muss mir das mal überlegen, wie ich jetzt genau hier investiere. Aber ihr seht auch, dann habe ich wahrscheinlich nicht viel zum Abgeben übrig, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Genesis Capsule hole. Oder ich möchte gern selber zwei, drei Alpha Capsules einfach behalten. Deshalb, wie gesagt, das Angebot an euch, wenn ihr echt wollt, dass ich für euch mit einkaufe, diese 5 Minuten früher. Weil für mich sind es nur 2, 3 Klicks. Dann machen wir das so. Ich kopiere hier meine Wallet-Adresse. Die gibt es dann im Discord-Server. Dann schickt ihr mir das rüber, dann schreibt ihr mir, wir machen das einfach aus. Und danach, wenn es geklappt hat, kriegt ihr das. Wenn es nicht geklappt hat, überweise ich euch den Betrag in eure MetaMask oder Trust Wallet oder wo auch immer hin zurück. Wie gesagt, müsst ihr halt komplett auf Vertrauensbasis gehen. Was anderes bleibt hier bei diesem Investment einfach nicht übrig. Und wir sehen auch, dass hier steht es nochmal. For example, there will be 1.000 Genesis Capsules available for sale during NFT-Sales. Each unit purchases will grant you 1 Genesis Capsule and 3.000 LOR Tokens. Also, es ist einfach hier so ein Beispiel. Es werden dann jeweils, weil hier gibt es ja 1.000 Stück und 1.000 mal diese 3.000, dann kommt man hier auf diese 3 Millionen Tokens, die insgesamt hier mit der Genesis Capsule jetzt herausgegeben werden. Und das bei den anderen ist es genauso der Fall. Man bekommt halt entsprechend weniger. So, dann, wie gesagt, wenn ihr so eine Capsule öffnet, habt ihr zum Beispiel hier eine 55-prozentige Chance bei der Beta-Capsule auf den Basic Skin, Epic Skin 30% Chance, Elemental Skin 15% Chance. Und was bedeutet das Ganze? Es gibt hier, ihr seht verschiedene Skin-Categories, verschiedene Raritäten, also es hat dann jeweils ein verschiedenes Raritätslevel, das ihr hier seht. Und wir können dann, wenn wir diese Skins haben, im Game können wir dann Skin-Mining betreiben. Hier, da lassen sich dann die verschiedenen Skins quasi einfügen, die man hat. Dadurch wird Mining Power generiert und durch dieses Mining Power werden dann LOR Tokens gemeint. Und das ist aber abhängig davon, erstens vom gesamten Mining Power aller Spieler und vom persönlichen eigenen Mining Power. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, mit höheren Raritäten bekommt man dann natürlich auch mehr. Aber das Game ist ja noch so early, also das wird eigentlich erst im Q4 2022 richtig spielbar sein. Aber ihr seht, was jetzt schon abgeht und was für ein Hype am Start ist, deshalb kann das natürlich sich auch echt lohnen. Aber man muss natürlich abwarten. Es passiert immer viel im NFT-Crypto-Gaming-Markt und ich berichte ja deshalb darüber, genau. Ihr bleibt hier einfach am besten bei meinem Channel und dann kriegt ihr das ganze Jahr über auch die Updates mit. Ich bin ja selber Ambassador von League of Engines, also ich habe einen guten Kontakt zu den Entwicklern. Die haben mich auch selber angeschrieben damals und gefragt, ob ich Ambassador werden möchte, weil die meinen Channel auch feiern. Und so kam das Ganze dann halt irgendwie zustande. So, aber jetzt hier zum NFT-Sale hier auf der Seite. Es gibt die Public-Sale-Seite und ihr seht hier, der nächste Countdown für den nächsten Sale, der läuft hier runter. Hier ist noch der Immortal-Skin, der schon ausverkauft ist, die 50 von 50 Remaining, das stimmt hier nicht, die sind schon weg. Ihr müsst auch sowas von aufpassen, Leute, es gibt so viele Scam-Seiten. Passt echt auf, dass ihr mit den richtigen Seiten verbunden seid. Und ihr seht dann, hier kommen wir in diesen Sale rein und hier kann ich dann einfach verschiedene Capsules mir auswählen und hier im oberen Bereich dann einfach meine Quantity eingeben auf Buy Now. Dann wird es das Metamask-Pop-Up hier geben. Jetzt momentan, klar, der Sale ist vorbei, deshalb läuft hier gerade nichts beim Immortal-Skin. Aber dann wird das Pop-Up kommen. Ich werde hier meine B&Bs vorbereitet haben, wie ich euch gezeigt habe. Also das läuft momentan einfach über die B&B. und dann werden wir sehen, wie schnell die Dinge ausverkauft sind und was ich hier mir organisieren kann. Also ich versuche es auf jeden Fall für mich selber und wer von euch dabei sein möchte, der sagt dann einfach Bescheid. Wie gesagt, mein Account ist whitelisted. Ich komme fünf Minuten früher ran und jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu den Gewinnern. Hier, ihr seht es, das ist die offizielle Gewinnerbekanntgabe. Es haben zwei Leute gewonnen. Einmal der Jason Campos, also herzlichen Glückwunsch in die Philippinen. Also auch interessant, dass ich Zuschauer aus den Philippinen habe, aber die sind wahrscheinlich extra wegen dem Gewinnspiel gekommen. Aber ist ja auch egal. Da gibt es die Beta-Capsule und dann die Alpha-Capsule, also der richtige, der Hauptpreis hier im Wert von 300 USDT. Der geht an Kenan, Cevig oder Cevig. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. K. Cevig at Magenta.de Ja, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das war die Entry Nummer 172 und für dich gibt es die Alpha-Capsule. Und wenn das Capsule-Minting vorbei ist, also wenn der ganze Sale gelaufen ist und wenn die Sachen offiziell kommen, dann wird es eine Nachricht geben von den Entwicklern selbst. Die melden sich bei dieser Adresse und dann wird der ganze am Prozess abgewickelt. Also dann gibt es die Capsule, die Alpha-Capsule. Ich selber bekomme ja auch für das Durchführen dieses Games eine Beta-Capsule und ich bekomme die auch erst dann, wenn es wirklich losgeht. Und ich sage dann nochmal Bescheid hier im Channel oder wenn es was gibt, einfach melden in den Kommentaren. Oder ich würde mich sowieso freuen, einfach über eine Rückmeldung, wenn das geklappt hat mit der Alpha-Capsule, einfach nochmal hier im Channel irgendwo Bescheid sagen in den Kommentaren. Und hier seht, jetzt kommt hier das Pop-Up noch von der Sale-Seite von den Immortal-Skins. Hier 64 BNB. Ja, okay, wir lehnen jetzt mal ab. Aber das war es so zum Abschluss. Wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch Alpha- und Beta-Capsule. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Das sind hier diese beiden Capsules und der Wert einfach, dass ihr das auch nochmal seht hier. Die Alpha-Capsule 300 USDT, eine Beta-Capsule 30 USDT und freue ich mich auch, dass 30 USDT in die Philippinen gehen, weil dann hat es da natürlich auch nochmal einen anderen Stellenwert. Und deshalb, ja, bleibt hier einfach im Channel, bleibt dem Channel treu. Es wird immer wieder Updates und Gewinnspiele geben, auch hier zur League of Engines. Ich freue mich über eure Abos und Likes. Leute, haut rein!